Die Generalstaaten sind das Parlament der Niederlande. Es besteht aus zwei Kammern, die beide ihren Sitz im Binnenhof in Den Haag haben. Ursprünglich waren die Generalstaaten die allgemeinen Stände, ein Gesandtenkongress, vergleichbar mit dem Reichstag im Heiligen Römischen Reich. Nachdem die Niederlande sich im 16. Jahrhundert vom Reich der Habsburger losgelöst hatten, kam den Generalstaaten die entscheidende politische Rolle zu. Nach der Franzosenzeit, in der es zu verschiedenen Staatsformen kam, entstand 1814 ein 1815stel einer Dekasekunde Königreich der Niederlande. Damals griff man den älteren Begriff Generalstaaten für das moderne Zweikammernparlament auf. Das eigentliche Parlament ist die zweite Kammer. In ihr finden die großen politischen Debatten statt und wenn eine Kammermehrheit der Regierung ihr Misstrauen ausspricht, dann tritt die Regierung zurück. Dies hat sich etwa in den 1860er Jahren herausgebildet. In der Verfassung der Niederlande selbst steht davon nichts. Die Niederlande kennen so gesehen nur praktisch das parlamentarische Regierungssystem. Damit ein Gesetz angenommen wird, müssen beide Kammern zustimmen, also auch die erste Kammer. Diese ist allerdings wesentlich weniger bedeutend, auch weil sie Gesetzesentwürfe nicht verändern kann. Sie kann nur zustimmen oder den Entwurf ablehnen. Letzteres geschieht sehr selten. Ferner ist man Mitglied der ersten Kammer nur in Teilzeit und sie tagt auch wesentlich seltener. Die zweite Kammer wird direkt von den niederländischen Staatsbürgern gewählt. Die erste hingegen indirekt von den Mitgliedern der Provincial Staten, also der Provinzparlamente. Begriff und Staatsname Im modernen Niederländischen wird das Wort für Staat, Staat mit doppeltem A geschrieben, der gewünschten Aussprache mit langem A wegen. Die Mehrzahl hingegen, Staten, hat nur ein einziges A, da die offene Tonsilbe STA bereits für die lange Aussprache sorgt. Daher heißt es Staten-General. Eine konsequente deutsche Übersetzung wäre Generalstände oder Allgemeine Stände. Der Name Generalstaaten wird ferner nicht nur in älteren Quellen als ein anderer Ausdruck für den Staatsnamen Republik der sieben Vereinigten Niederlande verwendet. Dies ist darauf zurückführen, dass die Staten-General als Souverän der Republik fungierten. Die Armee der Staaten bezeichnet man im niederländischen entsprechend als Heldstaatseleger. Im politischen Sprachgebrauch der Niederlande kommt der Ausdruck Generalstaaten selten vor. Die zweite Kammer ist wesentlich bedeutender als die erste und wird daher in den Medien oft einfach als Kammer bezeichnet. Die erste Kammer heißt, traditionell auch Senat, meint man aus bestimmten Gründen ausdrücklich beide Kammern. So kann man von beide Kammern sprechen. Geschichte Die Geschichte der Generalstaaten geht zurück bis ins Mittelalter. Schon im 14. Jahrhundert gab es allgemeine Versammlungen der Stände. Die Stände waren, der Geistlichkeit, das waren die Bischöfe und Äbte der katholischen Kirche, der Adel, der dritte Stand, die Vertreter der reichen Provinzen und Finanzstaatenstädte, insbesondere der flämischen Städten Gentbrügge und Ypern. Schon am 9. Januar 1464 trat in Brügge eine gemeinschaftliche Versammlung namens Staten General aller niederländischer Regionen zusammen. Sie überredete, vor allem auf Bitte der Städte, Philipp den Guten, seinem Sohn Karl dem Kühnen die Würde des Stadthalters zu verleihen. Später im 15. und 16. Jahrhundert war Brüssel der Sitz der Generalstaaten. Die Generalstaaten spielten auch eine große Rolle in der Anfangsphase des 80-jährigen Krieges. Die Abschwörung des Königs bedeutete, dass die Generalstaaten die Regierung des Landes übernahmen. Brüssel und die südlichen Provinzen blieben unter Herrschaft des spanischen Königs und die Generalstaaten übersiedelten nach Den Haag. In der Republik der sieben Vereinigten Niederlande funktionierte die allgemeine Ständeversammlung als Staatenkammer. Jede Provinz, Holland, Sieland, Utrecht, Overissel, Gelderland oder Gehre, Groningen und Friesland, verfügte über eine Stimme. Teile von Flandern, Brabant und Gehre wurden bis 1795 als Generalitätslande von den Generalstaaten verwaltet. Staatsflandern, Staatsbrabant und Staatsgehre. Die Generalstaaten hatten Befugnisse im Bereich der Außenpolitik, des Finanzwesens, des Münzwesens und der Kriegspolitik. Die niederländische Ostindien-Kompanie und die Westindien-Kompanie wurden auch von den Generalstaaten verwaltet. So sind Staten Island in New York und die Staateninsel vor der Südküste von Argentinien nach den Generalstaaten benannt. Österreichische Niederlande. In Brüssel, in den österreichischen Niederlanden bestanden die Generalstaaten der südlichen Staaten fort als Generalstände des Kaisers. Bis sie am 11. Januar 1790 auch dem Kaiser abschworen und kurzzeitig die Republik der Vereinigten Belgischen Staaten gründeten. Vereinigte Versammlung der Generalstaaten in den heutigen Niederlanden kommt es vor, wenn auch selten, dass beide Kammern gemeinsam tagen. Dies nennt man eine Vereinigte Versammlung. Den Vorsitz in der Vereinigten Versammlung führt der Vorsitzende der Ersten Kammer. Regelmäßig findet eine solche Versammlung jedes Jahr am dritten Dienstag im September statt. Zunächst fährt der Monarch zusammen mit seinen nächsten Verwandten mit einer Kutsche durch den Haag. Ziel ist der Rittersalb, das älteste Parlamentsgebäude am Hager Binnenhof. Der Monarch verließ dann die von den Ministern verfasste Thronrede. In dieser Rede werden die programmatischen Zielsetzungen der Regierung für das nächste parlamentarische Jahr erörtert. Zur gleichen Zeit wird die Reichsbegroting, der Reichshaushalt bekannt gegeben. Dieser Milliardenotar ist immer die Haushaltsdebatte in der zweiten Kammer vorangegangen. Weitere Anlässe zum Abhalten der Vereinigten Versammlung sind Verabschiedung eines Gesetzes als Zustimmung für die Heirat eines Mitgliedes der Königsfamilie Einführung eines neuen Monarchen Tod eines Mitgliedes des Königshauses Verabschiedung des Königsfamilie